Ja, so viel aus Genf. Der Weltklimarat fordert also ein radikales Umsteuern bei der Landnutzung. Um die wachsende Erdbevölkerung dauerhaft zu ernähren und zugleich das Klima zu schützen, müsse die internationale Gemeinschaft sofort handeln. Ja, wie kann man handeln? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Studiogast, Professor Christian Borgemeister vom Zentrum für Entwicklungsforschung. Wir haben uns zusammen jetzt diese Pressekonferenz angeschaut. Waren denn für Sie da schlüssige Lösungsansätze dabei? Also ich fand erst mal sehr interessant diesen Fokus auf Böden. Das war ja eigentlich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Präsentationen der einzelnen Mitglieder dieses Komitees fokussierte sich auf Böden. Und ich denke, das ist ein Thema, was wir in der Vergangenheit einigermaßen ignoriert haben. Boden, Bodenfruchtbarkeit ist absolut essentiell für die Regulierung des Klimas, für Absorption von CO2 aus der Atmosphäre, aber eben auch für die Produktion von Lebensmitteln. Und wenn Sie erst mal den Boden zerstört haben durch Versalzung, Bewässerung, Versalzung oder durch Kompaktierung mit schweren landwirtschaftlichen Geräten, das ist enorm aufwendig, diese Böden wieder so herzurichten, dass sie wieder zur Produktion beitragen können. Das heißt, welche Lösung könnte es da geben? Nachhaltigeres Wirtschaften. Das kam ja auch einigermaßen klar rüber. Wir müssen unsere landwirtschaftlichen Systeme viel stärker auf Nachhaltigkeit trimmen. Wir müssen weg von diesem reinen Produktionsgedanken, dass wir versuchen, das Maximum aus der Fläche rauszuholen, sondern wir müssen uns viel stärker auch mit den Fragen beschäftigen, wie beeinflussen wir die Umwelt durch unsere Produktionsweisen. Das Ganze ist ja ein globales Problem und wir brauchen wahrscheinlich auch eine globale Lösung, aber bei der nationalen Umsetzung, da hapert es ja meistens. Entweder, ja, manchmal geht es auch nicht anders. Wie kann man da weiterkommen? Auch da fand ich ganz interessant diesen Fokus auf regionale Cluster. Ich glaube, wir reden hier über planetare Probleme. Das betrifft den Globus, das betrifft unsere Erde. Das geht weit über die Grenzen von Nationalstaaten hinaus. Das heißt, wir müssen uns das Ganze sowohl global als auch regional anschauen. Das heißt, kleinteilige Lösungen bringen uns nicht weiter. Die EU, meiner Meinung nach, hat da eine Vorreiterrolle zu spielen, insbesondere vis-à-vis von vielen Entwicklungsregionen, die regionalen auch gar nicht so weit eingebunden und vernetzt und verzahnt sind als die europäische Gemeinschaft. Da könnte die Europäische Union sicherlich eine Vorreiterrolle spielen. Und wir müssen versuchen, mit gemeinsamen Aktionen von regionalen Partnern dieses Problem anzugehen. Das heißt, in manchen Regionen gibt es ja auch gar nicht die Möglichkeiten. Manche Regionen sind noch gar nicht politisch oder gesellschaftlich so aufgestellt, dass man über nationalstaatliche Grenzen hinausgehen muss. Es gibt eine ganze Menge Anstrengungen, solche regionalen Organisationen aufzubauen. Sie wissen, die Afrikanische Union ist im Endeffekt ein Spiegelbild in ihrer Konstitution der Europäischen Union. Das heißt, man versucht schon, Regionen zu unterstützen, solche regionalen Cluster zu bilden. Eben vor dem Hintergrund, dass solche globalen Probleme nur durch ein gemeinsames Handeln von vielen Partnern angegangen werden können. Besonders interessant fand ich jetzt auch die Zusammensetzung der Wissenschaftler, die diesen Sonderbericht erstellt haben. 52 Prozent kamen aus Entwicklungsländern. Das ist ein wichtiger Aspekt. Absolut, absolut. Das ist ein eindeutiges Novum. In der Vergangenheit sind diese IPCC-Berichte oftmals zu Recht kritisiert worden, dass sie sehr stark doch durch Wissenschaftler aus Europa und Nordamerika dominiert waren. Zum Teil auch China und Japan. Gerade Afrikaner waren, afrikanische Autorinnen und Autoren waren bei IPCC-Berichten in der Vergangenheit stark unterrepräsentiert. Finde ich eine ganz tolle Entwicklung, dass da sowohl, was die Zusammensetzung Nord-Süd anbetrifft, als auch 40 Prozent Frauenanteil, auch das ist ein eindeutiges Novum. Und das kann auch nochmal den Blick verändern, den Fokus verändern? Ja, absolut. Also gerade wenn wir über Ernährungssysteme reden, haben Frauen ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Gewicht und eine entscheidende Argumentation in die Diskussion einzubringen. Das heißt, wir haben hier auch viel über Ernährungsgewohnheiten gehört. Empfehlungen wollte der Weltklimarat jetzt nicht abgeben. Und dennoch, ja, welche Empfehlungen haben Sie? Oder es wurde ja dann auch gesagt, was man aber nicht tun sollte, aber wie man es besser machen könnte, wurde nicht gesagt. Vielleicht können Sie es uns sagen. Also die Diskussion drehte sich eigentlich nur um Fleisch nach den Präsentationen. Ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen, in den entwickelten Ländern, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren. müssen und reduzieren werden. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Entwicklungen es in Richtung alternative Proteine, alternative Eiweißquellen gibt. Beispiel Insekten. Insekten. Ich meine, ich bin Insektenforscher, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Das ist ein Thema, aber genauso ein Thema wie synthetisches Fleisch. Es werden im Moment Millionen an Start-up-Mitteln in Firmen investiert, die synthetisches Fleisch herstellen beziehungsweise die pflanzliche Pflanzen so hingehen, züchten, dass sie Hämoglobin produzieren. Dass sie also im Prinzip Pflanzen benutzen können, um fleischähnliche Substanzen zu produzieren. Das heißt, Sie haben einen Hamburger, der ist aus Pflanzen, der ist auf Pflanzenbasis, aber der sieht und schmeckt und riecht genauso wie ein Rindfleisch-Hamburger. Eine letzte Frage, was passiert denn jetzt mit diesem Bericht? Geht an die politischen Entscheidungsträger und wir wollen hoffen, inshallah, dass da einige Konsequenzen daraus gezogen werden. Dass zumindest einige von diesen Vorschlägen umgesetzt werden in politische Handlungen. Vielen Dank, Professor Borgermeister, für Ihre Analyse hier bei uns im Phoenix-Studio und für Ihre Zeit, dass Sie sich gemeinsam mit mir diese Pressekonferenz hier angeschaut haben.